Auf jeden Fall war Luma dann halt in so einer Dreierparty mit Supporter und Nicknack und dann meinten die noch vor der Runde so, ja, wird auf jeden Fall wieder einfach, wir rasieren eh alle und dann zerstören die drei Teams, wir gehen zweimal auf die, ich place auf deren Spawn-Codeweb und die schreiben sofort, Codeweb-Randys. Ja, ey, sowas ist abends nicht, weißt du, nur weil er sich in die Top 10 gepusht hat, dieser Bastard, ne? Ah, Junge, da krieg ich schon wieder, ey. Aber gut, ich mein, ich, im Chat, weißt du, im Chat sind so immer alle die richtigen Helden. Ja, es ist halt wirklich so. Sobald du denn einmal mit den Reden ist, kommt raus, dass es entweder Elfjährige sind oder Leute, die keine Eier in der Hose haben. Meistens Leute, die keine Eier haben. LOL. LOL. Really, als ob Gelb jetzt komplett Team Blau kriegt, weil ich denen geholfen hab. Ne, es war Grün, okay. Dann, Grün kann die haben, ich gönne Grün halt die Kills. Grün ist halt ein Bastard, der hat mich auch zu dir gepusht, aber egal. Pass auf, Grün auf, das ist ein Arschloch, der staubt ab. Ich hab ihn gepusht, ich hab die Game durchgepusht, weil der hat's fett. Ja, der Grün chillt jetzt halt unten in der Mitte. Er lieft. In der Mitte sammelt er erst das ganze Gold ein und lieft dann. Really? Ja, jawohl. GG, GG. Ich vergewaltige meine Tastatur, Teil 3. Sackst du und verkackst. Ja, und verkackst. Ich hatte keine Blöcke mehr, man. Bau dich rüber, dann hast du es. Ja, also, er hat seinen Stick weggedroppt und hat ihn wieder. Scheiße. Ja, er enjoyt halt gleich meine Range, wenn ich nicht so wenig Blöcke hab, Alter. Der Support ist coming, Grün. Was ist das denn für eine Range? Hui. Hui. Digger. Weißt du, ich geb ihm halt so richtig viele Low-Ground-Hits. Ja, keine Chance. Du oder ich, was will er damit sagen, Alter? Jetzt enjoyt der gleich. Oh, Mann, er suicided mich halt. So einbruchend. Weißt du, dann, ich find's so lustig, ne? Wenn man dann die Reaktion im TS und dann die Reaktion im Game sieht, ne? So ein trauriger Smiley und innerlich ragt man so richtig hart und wird dann so richtig in die Fresse dreschen. Fresse dreschen, ey. Ist aber wirklich so. Auch im WhatsApp oder so, ne? Man schickt so richtig lachende Smilies und so. Ja, und man denkt sich nicht mehr. Und man denkt sich so, no, was ein Scheißwitz. Ja. Ey, ist in der Mitte. Geh zurück, zu der Mitte. Geh zurück, geh zurück. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Von wegen ab will es abbrauchen. Er kommt zu uns. Ich sag. Oh, er hat geleckt. Er hat geleckt. Hat der unser Bett? Er hat. Er hat Bett. Er hat Bett. Bett ist weg. Quaar. Aber er kommt. Mann, bring dich um, Junge. Achso, ich soll mich umbringen. Der ist noch nicht eingebrochen, Mann. Der hat. Na, jetzt züchtern. Herz safe. Hast du dich umgebracht? Nein, ich komm gerade. Ich bin schneller so, als wenn ich mich umbringe, Alter. Easy. Okay. Oh, ich hab's noch zugebaut. Oh, shit. Das Bett zu bauen im Coming, ey. Ey, das hättest du... Jetzt war ich gerade da. Ich seh. Good game. No. No.